9. GAU-GAU. 3-7 meinst du? Wir haben nur vier Gegner. Das ist geil so. Ich glaube auch, ne? Puh, ich glaube auch ne? Ich glaube. Ich glaub auch, ne? Ja, die holten wir direkt das Kreuz, ey. Das Kreuz denn, Alter? Ich glaub auch. Ich glaub auch. Ich glaub auch, mein Freund. Ich glaub auch, Ramka. Heckerlopp. Heckerlopp. Kann mir einer ein Schild stellen? Siehst du, wie es so lief? Du weißt doch bestimmt, wohin. Fuck off, I'm a policeman. Ich will noch eins hier hin. Das Schild ist real. Ich geh hin. Das ist ein Hörtenlauf. Hehehe. Geil, das hat doch ein Schild oder was. Was denn? Ein Hörtenlauf. Das ist ein Schild. Hehehe. Hehehe. Wenn ich früher da bin, ist das ja witzig. Alter, ich guck jetzt aus dem Fenster. Wenn ich nicht mindestens 2 töte, dann ist das Schild. Und, here we go. Die haben die Hostage nicht gefunden. Äh, Kyle, gehst du den, äh, Dingsgang entlang? Mhm. Ey, wo sind die 8 Stücke denn gespawnt, Alter? Warum sind es denn bitte nur 4? Genau, auf die Flur. Ähm, oben ins Fenster rein. Obere Etage über dir, Leon. Achtung. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Voll über mir. Hier ist ein Seiteneingang. Ich hab zumindest ein Scheiß Schild gewesen. Oh, und oben? Ich versuch die ganze Zeit irgendwas zu finden, aber... Kylee, über dir, äh, sind die reingekommen durchs Fenster. Und hier oben haben sie eben eingeschlagen. Warte mal. Blickrichtung von dir, äh... Ich glaub rechts ist es. Echt? Ja, ja. Fuse ist da. Leon, gehst du Tresor von hinten ins Hörerraum? Ähm, Schild auch. Ja. Ja. Neu. Schild hat einen Hit. Schalt mich wohl. Muss nachfahren. Schild hat noch einen Hit. Ich sag's, äh... Ach was. Dem hab ich gar keine Damage gemacht. Der ist noch... Die Ash ist glaub ich noch hinter ihm. Hinterm Schild. Montagne. Ah ja. Die sprayen in den Tresorraum rein. Oh, der ist durch. Tresor... Von dem Gitterraum. Von dem Gitterraum. Die to Coming Leoth... Oh, die haben wir nicht schlecht. Schicht... Schööööööööö Nice. Ja den hat dann, einen� cat alt. Den hat darin Me reduziert. Die hat den Schild abgeknallt. Ja deputiert. Wenn ihr das vielleicht sogar überlebt, aber... Er tötet sich in der Denkung. Warum? Es ist kalt. Es ist echt, ist schon kalt eigentlich. Ich hab mein Fenster offen. Es ist tiefster Winter, Alter. Ich muss mein Fenster aufhauen, sonst kann ich nicht zucken. Ich hab auch gern mein Fenster aufgemacht. Ich glaub ich hatte. Es sind 7 Grad und sie sagt es ist kalt, Alter. Schatz, jetzt mitfeilt. Ich hab mal einen Kill gemacht, ich muss den Stecker ziehen. Ich hab noch keinen Kill gemacht. Ich kann ja auch einen Stecker ziehen. Boah, noch Seiteneingang, Alter. Habt ihr den ausgewählt, oder? Nee, oder? Nee. Ja. Ja. Okay, alles gut. In der Blaise nach hinten bin. Oh, oh. Oh, oh. Das sind zwei Stück. Oh, ich hab mich erwischt da, ne? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, wie ich mich hier... Oh. Oh, was steht da für Namen, man, Leroy? Guck mal an den Spins links über dir. Links über dir. Was steht da für Namen? Weak or no sticknel. Cool. Können wir wieder durch die Garage gehen wollen. Oh, ja. Ja, da komm ich mit. Guck mal, ich scheinen alle da lang. Oh, oh. Nee, ich geh nicht mit Leon. Nee, ich geh mal mit Leon da lang. Alles dumm. Ah, ja, yippie, yippie. Ja komm, dann geh ich ganz normal. Ja, ja, yippie, yippie, yippie. Nein. Oh. Da ist einer. Okay. Hat Boogie Trap angemacht. Boogie Trap. Boogie Trap. Er hat sich innen drin, direkt in dem Raum, hat er sich versteckt. Kann er auf den Eingang ziehen? Ich schwerfe Drohne? Ja, positiv. Ich meine, ich schau noch mal was. Hat sie ihn nochmal spotten? Ja, das ist voll. Ich suche ihn gerade. Ist der Serverraum also frei? Ah, ja. Nee, 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 nee. Der ist hier. Der ist zu dir. Nee, 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 nee. Sehr gut. Danke schön, lieber. Na. Garage ist clear. Ich schau in den nächsten Raum. Ja, der Serverraum ist erstmal frei, ja? Ja. Zu down. Ich dachte mir auch nix, dass einer erste geschossen ist. Nee, ey. Wir könnten sogar Garage... Nein, andere Seite, andere Seite. Du, andere Seite. Boogie! Ja. Ja. Jetzt fahre ich und du guckst, ja? Ja. 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 Wir könnten links rum. Einer ist unten. Definitiv. Jäger. In diesem Zwischenraum, ne, Leon. Hier in dieser Kammer. Da ist keiner drin. Ja, sag ich ja, links die Dingskammer. Komm, mach auf. Da kommt die Treppe, ne. Das wirst du alle, Mann. Da kommt die Treppe, ne. Hä? Kann sein, es ist nur einer bei der Geisel. Es ist nur einer bei der Geisel. Es ist nur einer, einer nur in der Geisel. Ja, ich hab in der Ecke. Oh, was? Und ich hab immer noch auf Einzelfeuer. Ja, der ist die Treppe runtergekommen. Und ich hab auf Einzelfeuer gehabt. Ja, in der Garage. Da, rechts. Traurig, sowas. In der Ecke. Links, links, links. Links in der Ecke. Juuu. Es ist nicht tot. Es ist nicht zessen. In der Garage, sag ich. In der Garage, sag ich. Ja. Nein, ich bin dort drin gewesen. Ja, was? Ich hab' nur noch Hilfe aus dem Mann, ne. Wo, 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 wo. Boah, hab' ich ihn? Du okay? Nee. Kein Druck. Wo ist er? Im Serverraum, im Linksraum selbst. Markiert. Ist verletzt, ist verletzt. Hol' die Geisel. Genau. Was? Über der. Geht er. Sorry. Wo ist das, der Garage? Boah, der hatte liegt mal ein Viertel. Was war das? War das der Rube? Ich wollte die Geisel eigentlich totes leben. Da wiederum sprich, dass die Geisel nicht trifft. Das war der Rube. Den hätte ich gehabt. Hättest du dich umgedreht, wenn du die Geisel zu dem gezeigt? Hättest du dich umgedreht, wenn du die Geisel zu dem gezeigt? Das wäre das nicht gewesen. Das war die Uhrzeit-Taktik. Ja. Ich mach das nächste Mal. 1 gegen 1. Das ist Rücken zu schrecklich. Sag mal, hören die das, wenn ich die Geisel wieder fallen lasse? Die sehen das, ja. Ja, ist ja. Okay. Jetzt gar nicht. Weißt du, ich wusste, dass es in der Garage war. Ich muss mir einfach meinen Text feiern oder so achten. Ja. Alter, ich hab die P90. Mann, was soll das? Du musst dir in P5 oder was? Ich will ja aus dem Fenster rausschießen. Alter. Du hast eine P90 dabei. Das wäre ein Freckel, ey. Mann. Ey. Alter, ey. Das wäre ein Freckel. Du hast eine Freckel. Du hast eine Freckel. Was sollst du nicht im Grunde sein? Du hast eine Freckel. Du hast eine Freckel. 4 hat ein 20 auf dem Office 5 Mit der Kamera Ich will seit 9ern Ja, seit 9ern Super spotter Oh Alter Ich hasse diese Runde Einer ist Serverraum drin Ash Hat jemand von uns noch Serverraum gedeckt? Nein Nicht gut Das ist ein enges Nest Robert, der ist ja fertig, ne? Bisschen Ich bin der Hauptflopper hier Drohner Alle Mann Loll Gerade durch sind sie Die sind durch bei Leeroy Du stirbt nicht Wie viel denn? Mega selten Montagne kommt auf mich zu Montagne kommt auf mich zu Ich bin der Hauptflopper Montagne kannste nein Außer wenn er schießt Schön Montagne? Weiter P Du? Weil Leer nimmst aber auch Der ist ganz hinten durch den Gang Linke Seite an der Tür Kannst du da halten? Versuche Versuche Leeroy Lass doch rein Leeroy Das war der Leeroy Leeroy Aber auch noch hinter der Tür Der ist jetzt bei Leons Leiche Kein Plan, wo er ist Kann er zur Geisel? Ja, da ist bei der Geisel drin Kann er nicht hin, oder? Wie denn? Doch, der ist da drin! Leute War ein bisschen falsche Information Hab ich gesagt? Thatcher, dreifte Leben Der kann da raus, der hat ein Loch gemacht, ne? Ja, nein! Hinter dir! Ja, so meinste Ja, der kann da raus, ja! Boah! Ja, weil wir mit Da steht der Händler auf Lol, weil er halt dort ist Nessens werde ich Runde für die gerunden werden Das kann nicht sein Easy Ich nicht Ich hatte die Geisel sogar perfekt im Blick, aber Aber, 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 am Ende, am Ende Aber wenn zwei Leute sagen, ne, da kann er nicht sein Nein, der sagt, da kann er sein Ich hätte nicht gedacht, dass er da sein Ich hätte nicht gedacht, dass er da sein Gibst du Dothor away Ja, lustig, hahaha Kyle ist immer ein ganz witziger Hm Das ist echt so, ich muss einfach wieder kacken Schleckt auf mein Humor Hahaha Das ist aber schon pathologisch, oder? Ist das oben? Sind die oben? Hört sich ein bisschen nach oben an für mich Ja, positiv, nicht im links Oh, einer sitzt auf der Treppe, ich glaube er ist erstes OG Oh ja, ganz oben Ja, die haben hier hinten Reinforced bei mir Ja Da ist ein Loch, wo ich den grad markiert hab Ah Können vor und raus, dann pass auf Also passt auf, die machen Löcher in die Wände, ne? Mach den Löcher in ihre Köpfe Das find ich gut Das find ich gut Also aufpassen Hier steht nicht Cluster dran, ne Vito Kann man auch oben irgendwo rein? Stimmt Da ist doch eine Drohne rein Was darf denn immer rein? Das mag ich aber hier Einen gesehen Und er gibt mir einen Headshot bestimmt, während ich am Fenster entlanghangele Wie ich das liebe Oh, ich bin ja direkt hinter Herr Geisel Warum haben die hier nicht Reinforced? Mach mal auf da, Baby What the fuck up and die Bei dir war jemand, Leroy, ne? Von dir aus, wenn du rein guckst, links war der War ein K-Still mit OMP Boah, Alter 0-2-P Ich glaub, wir sollten lieber von drinnen rein, als durch die Fenster Wo kam er denn? Wo kam er denn? Nein! Ich, 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 ich wollt's nicht sagen, ne? Ich, ich, ich wollt's nicht sagen, aber Dann hat er nicht schlecht geworfen, Alter 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 Nee, dann, er war sogar noch Kopfüber, Alter Aber ich hab eben gesagt, hier steht nicht Cluster dran, Vito Mann, ey Also, ich hab dieses Mal nicht die Gasel getötet, Leroy Ja, die war trotzdem gut geworfen Ja, die war trotzdem gut geworfen Aber ich hab irgendwie gehofft, die prallt ab An der Geisel Am Kopf Hä, 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 hä Nein, irgendwo am Boden, ey Irgendwo an der Decke, oder so, keine Ahnung Na, der Decke, Kopf über an der Decke Hä? Der X1-Alpha hat auch bis zum Nachtzeil des Lebens, Alter Kann ja von euch gleich das Schiff wieder stellen Alle Mann Der setzt dich mitten auf die Bässe, Alter Keil, ey Als wenn er sie brüten will, wie so ein dickes Vieh, ey Hä, hä, hä Ich spiel mir die ganze Zeit schon gegen vier Ja Bisschen peinlich, da jetzt 2-2 steht Ja Ja Ich bleib jetzt mal hinten hier im Raum, Alter Ich mach so, wenn ich draußen bin, keine Klicks Ich werde hier Ich werde hier Ich werde hier Ich werde hier Übrigens gute Erkenntnis, Kylie Hm? Gute Erkenntnis Mit 0-2 Filio Ja, sag ich doch Moment Moment Ich bin noch irgendwie die 200 Punkte besser als Leeroy Komm, spot mich, wo bist du hin? Fick dich, Kyle Hä, hä, hä Blockstor Don't wait trapped Stay clear of me Nein, set Ich glaube die kommen durch den Tunnel Noch nö Kein Safe Call, aber Ich hab das Wiese geführt Meine Ecke Ambush set, stay clear Ich hab da glaube ich Steps geführt Alja, und du bist vorne in der Garage, okay Perfekt Ja Ja Safe Call, die kommen Tunnel Die haben gerade meine Boogies zur Kruppe gemacht Das war schön eingasen, ne? Das hat die haben die letzte Video mit einer Raketenwerfer geschossen hast Ich hab so ne M320 Ich hab so ne M320 Ich hab so ne M320 Ah Hör mal das schon mal down von denen Äh, da guck Oh, ey, das ist nicht normal Das ist einfach nicht normal Fuse ist normal Fuse ist normal Fuse, Montagna kommt glaube ich die Treppe runter Achtung, Montagna auch in der Treppe Bei dir Leon, ne Ich hab ihn genießt auf jeden Fall Ich krieg die Krise Wie wusstest das? Schön, das down War es jetzt flüss? Ne Ne, das war der Montagna Von der Leon Ach Äh, Ash ist im Serverraum Alter, ich krieg die Krise Ach Ash noch im Serverraum Ah Ah Lieber mit Geh rüber Ash Oder hat's er? Achter warum? Fuse hat's er, ah ne, hä? Oh mein erster Kehrer Oh mein erster Kehrer Er hat mir so einen Klick gegeben, der Typ Boah Wie er sich vordringen, Alter Ja ich brauchte den Kehrer Jetzt bin ich glücklich Wenn Ernst fehlt, dann brauchst du den Kehrer Ja Willst du kein Fuse spielen, äh Termite? Dann nehm ich Termite, wenn du was anderes spielen möchtest Weil ich jetzt gar nichts getötet habe, oder was? Nein, weil du gerade vorhin mal sagtest, das ist ein Termite Du willst nicht Fuse, dann probier ich mal Fuse songs Ja, probier aber Fuse Vito muss auch mal die Google Classes haben Krieg ich jetzt nicht, aber Junge, die Brille von dem Das sind voll die Google Classes Welche Schweißerbrille ist das, Alter? Das sind Google Classes Need to find a hostage Fangen wir mit zwei Malte, oder was? Ja Ja Ist klar Was? Das sieht toll aus wie Propheiler irgendwie Keine Ahnung Irgendwo sind hinten Im Keller was? Hättest du es gedacht, im Keller Der X1 Alpha 2 wird seiner KG gerecht Ja, wenn er mich geholt hat, war echt krass Ich hab die Geisel Der Typ sieht mich nicht Das ist ja mit 18 Ich hab die Geisel Auf dem Auf dem Ich hab ne Drohne im Tresorraum noch Die Drohne ist auf Drones Wie woe sagst du mir wieder an? Drones activated Dreh'n sie jetzt Ja, einer kommt rein, direkt in den Gang Hast mich verschossen Einer kommt direkt durch Eine aus Enemy outside, enemy outside Wo? Äh, mich schickt noch einer rein Leon? Ja, super Scheiße Der ist im Nebenraum Nach hier Der ist auf der Treppe, da ist der Oh, Garage ist safe und nicht reinforced Was ist der? Ja Also passt auf, das ist keine Wände Ich fuhre weiter Noch einer im Nebenraum? Ne, ne? Ne Nein, oah, pass auf Leon Granate weckt nach hinter den Seven Mittelraum ist da auch keiner Mittelraum ist da auch keiner Ach ne, das war deine Wände Treppe irgendwo, da muss einer sein Ja, check mal die Treppe, ob das wär gut Warte, ich... Oh, ich war grad... Oh, die Brone ist kaputt Einer steht im... äh... Im rechten Tunnelgang, ist der... Kannst du das aufmachen? Nee, 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 nee Ich guck wo Oh, hat er durchgeschafft? Nix Der lag auf dem Boden, der ist Treppe hoch, der ist Treppe hoch Achtung Dann könnte ich ja lieber Lass die aufmachen Was, ich kann durch? Einfach kurz rennen und dann von der anderen Seite Kannst versuchen, aber... Aber na cool Aua Ich hab's noch Was, ey Der Typ hat doch irgendwas an Halbes Leben, ja... Gib mir vor, gib mir vor Ich hab Lowlife Ja, bitte wissen wie der schießt Ja Jedes Mal ist der direkt drauf und... ... trifft dir den Schuss Kannst du hier eine Tür aufmachen? Hatt sich angehalten, dass er nur gekommen ist gerade Ich hab's genau an den Treppe gestellt, der hat doch noch Hilfe abnehmen Ähm... Halt! der war doch noch gar nicht durch an der treppe doch der war doch leon was tut den gang aber hier vielleicht bei dir war rechts einer im tunnel also hinter nein hinter der panzertür rechts bei dir steffen ach so ich hab doch dein maul abgehend du hast alle schüsse in die wand gesetzt was willst du dazu noch sagen war das outplay oder was war das er liegt im links raum hat weiß ich ganz wenig abgeschoben rein und recht und dann wieder links hast 15 sekunden du musst gas geben oder der geisel in headshot geben ja ich hab das blut gesehen dein blut hinter dir oder was ich hab den getroffen weiß ich wie viel ich den gezogen habe im achtel ja was sind das 8 oder 16 tics server lassen wir auch mal sein ich hab den eingang, alter surprise wird nicht mal richtig zwei runden mindestens noch also ich spiele ja, fand schon scheiße, aber was macht ihr boys ich weiß nicht, mein 1er kill läuft dein skill ist für heute aufgebraucht ja ich versuche mich mal einmal nicht von diesem spacko wegflexen zu lassen was er vielleicht vorteil dafür also ich hab mich einfach unten an die trete hingelegt hab so getan, als wenn ich allein bin der ist runtergekommen und auf dem weg gehämmert wo fahr ich hin, alter? wo fahr ich hin, alter? wo fahr ich hin, Leon? keine ahnung wo fahr ich hin? naja, schulweit hin, die idee ich kann einmal eine runde über den parkplatz gefahren bis ich wissen, wo ich hin muss ach, ich bin hier irgendwo hin, wo ich da kann sind nicht unten, sind nicht unten ich hab die Leiche angeguckt und wir haben die nicht getaktet ich hab die Leiche angeguckt und wir haben die nicht getaktet ähh kーー lol ich hab die Ostwitch nicht wirklich gesehen aber lol ich hab die gesehen, alter ja, ich weiß, hab auch gesehen du bist... du bist mit der Drohne reingefahren ich bin einfach in dem, äh in dem castle verstecken rum da stehen geblieben Wieso helfen uns die Fackets da oben in dem Heddy eigentlich nicht, Alter, was hätt' nicht für mich gefühlt da oben? Echt mal, wir können einfach mal ins Gebäude reinfliegen. Hör ich da oben, aber ne. Oh, das Siegesfalle, jetzt haben die Gegner Angst. Hey Mann! Hm? Hier drin? Komm hier auf. Ja, hier geht's auf. Brauchst ne EMP? Nee. Na, nee. Leute, ich bin mit keinem. Jo, 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 kannst. Warte mal, warte mal. Ja, jetzt ist glaub ich zu spät. Okay. Oh, mein zweiter Kill. Ach du Scheiße. Pass auf, da ist die Rostisch nicht mehr weit weg, ne. Blut. Einer ist direkt mitten in der Main. Alter. Ja. Ich hab linksneben jetzt einer, Alter. Oh, da ist er. Werden das hier kaputtgeschlagen? Da hin. Einer ist über der... Zünde, wenn du magst. Über der Theke da in diesem Raum. Ich hab' ihn mal. Oh, das war deine oder was? Pass auf, da ist hier der X1 da nicht durch. Den von hinten erwischt. Ja, da ist einer. Wer fahrs? Das gibt's doch nicht. Rein mit der Geisel einfach. Ich hab dir den X1 zwei Hits gegeben. Schön. Ab und zu weit. Der springt ins Bild, Alter. Guck dir ihn an. Ich hab dem X1 trotzdem zwei Hits gegeben. Und der wollen wir rausnehmen. Guck, wie er ins Bild springt. Ich will auch! Endlich mal gewonnen, ey. Doch noch nicht. Scheiße. Ich will mich nicht decken. Das kriegen wir jetzt auch ein. Wenn du D machst, komm, dann mach mich mit. Wenn mal jemand Westen. Ich machen. So. Hat schon mehr Erfolg. Ich brauch nur ein Schild. Kann ich machen. Ich mach alles auf einmal. Ich mach alles, ey. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Was? Nein. Und da? Was? Herrlich. Herrlich. Das Beste ist ja das. Das Lira eigentlich nur. Was? Sagt. Aber wie Schlitzel's nachmachen ist halt einfach nur göttlich. Was? 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 Jesus! Jesus! Wir in die! Wir in die! We're in die! Ja, komm! Oh! Komm! Lauf du Schildkröte! Lauf! Eine drohe des Runten. Deploying ADS! 10 Sekunden left. Ich bin... Junge, ich bin der Avatar, ey. Kann der? Schattenreißig? Warton! Yaron! Danke! Seiteneingang, da hinten auf der Straße. Hä? Wo warst denn du? Du hast ja der Städte. Gerippt. Wo war der? Wo geht es? Bei mir ist ein Chill. Oh fuck, bin ich dumm. Warum schieß ich den nicht einfach ab? Fackt. Bin ich einmal getrunken, getrunken, getrunken. Ja und langsam, gleich kommen sie unter dir. Ja man, hier ist ein Chill. Ich schwör's dir. Da kommt er. Unter dir. Rechts unter dir. Willst du ihn nicht? Jaja. Ja und was cool ist, oder? Da. 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 Ich hab's gar markiert. Der Fuse sag ich schon. Toll. Sehr gut. Links unter dir jetzt. Links unter dir. Der kommt da. Warte, messer ich. Ist er runtergesprungen. Wo? Hier unten. Was hast du? Genau das hast du verdient, Alter. Wollt ihr messern? Ich weiß nicht. Aber wieso? Wieso? Wer schießt da mit der Pumpe? Hier, Loi. Muss ich mir Sorgen machen? Oh, jetzt ist Money am Split, Alter. Ich muss den messern, Mann. Ey, weißt du, sein Mate macht hinterher die Tür auf und der andere dreht sich um. Wie so ein Bot, ey. Warum pick ich den schon wieder, ey? Wer kommt denn da? Ja. Garage, oder? Oder über dir? Ja, Mann. Ich bin auch dabei. Da muss man mehr mit links gehen und rechts gehen, Alter. Boah, wo er erstmal hinschießt. Im Türrahmen. Ich? Ja, du. Ich hab... Ich hab die Tür getroffen, aber... Doch, dich doch hin, Alter. Als er nicht mehr da war. Tobi. Warte. Hat ja gut geklappt. Gut. Joa, hinschuldig. Hinschuldig, mein Kontroll. 360 Grad. Oh, scheiße. Gratis. Nein. 360 Grad. Ich kann mich noch allen gehen. Ich muss noch allen gehen gleich. Also... àsllt das nur noch allen gehen, Mann. Boah, Alter. Boah, Alter. Warum haben wir einen Gas oder was? Oh, dafür hab ich ein erstes bekommen. Ich bin noch erster geworden. Warte. Also, ich bin ja schon scheiße, aber was macht ihr denn das? Da ist Koby Da ist cool Da ist Koby Ich hab den Trieb zu töten, aber ich... Ich weiß es nicht Ich will nicht, so wie ich das will Wollen wir nicht nochmal eine Pause machen? So eine Kackpause Alter Kannst du dir nicht irgendwie einen Loch in den Stuhl schneiden, Alter? Nein, ich nicht Hast du keine Mutter zu Hause, dass du mal einen Stuhl rufen kannst?